Hey Leute, willkommen bei Pokémon JM und hier ist der Marc und ab morgen haben wir was ganz Spezielles für euch. Und zwar gibt es ein Pokémon Adventskalender. Hier hinten könnt ihr schon die schönen Türchen sehen, in diesem Fall Geschenke. Und sie sind randgefüllt mit Pokémon Produkten. Ich kann euch mal kurz mal ein bisschen die Ansicht von oben zeigen. Also jeden Tag ein Türchen. Seid gespannt was drin ist. Die Videos werden so circa gegen 19 Uhr täglich veröffentlicht. Und uns würde es sehr freuen, wenn ihr euch diese angucken würdet. Also auf jeden Fall geballte Pokémon Produkte. Seid gespannt was drin ist. Es sind nicht nur Pokémon Karten, sondern vielleicht auch noch ein paar andere Sachen von Pokémon. Man weiß es nicht. Also seid gespannt. Wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr fürs erste Türchen. Also bis morgen. Tschüss. Tschüss.